willkommen zurück zu let's play marvels avengers das letzte mal mal wieder versucht diese crime center zu finden um weiter die mission abzuschließen wir kommen immer noch nicht weiter und da jetzt kommen noch mehr missionen da sind habe ich beschlossen kommen wir machen jetzt einfach mal hier die ikonische missionsreihe und fangen mit der von black widow one okay commander sind meine überläufer da genau wie sie sagten ich habe das ein labor in utah überwacht dass sie angegeben haben die wissenschaftler wurden heute morgen dorthin verlegt warum fühle ich mich ausgeschlossen du musst dranbleiben tony dann bei mich doch in deinen super geheimen plan ein sie wollen sie überlaufen also eine rettungsmission sehr nett das sind kluge leute vielleicht sogar klüger als du wir könnten ihren verstand gebrauchen ich gehe vor aber sie müssen verstärkung schicken wenn ich sie brauche okay also geben wir ein paar wissenschaftler retten wenn ich sagt mit ja okay wenn ich mal habe ich mich ganz außen vor gelassen absichert verstanden ist aber hier noch besser ausrüstung eigentlich okay dann weiter wie viel kontakt hatten sie zu den leuten als tiny dancer viel dann flog meine tarnung auf und damit gab es keine firmen e-mails mehr aufruf zum überlaufen direkt vor aims nase schön ja gut let's go oh yeah let's go das ziel ist im energie knoten punkt dort zu kappen damit die wissenschaftler den blackout zur flucht nutzen können haben diese wissenschaftler etwas mit dem a day zu tun sie waren in dem labor von taten das das terigen in der bucht entdeckt hat ich glaube sie wollten wegen ihrer schuld gefühle überlaufen der blackout verzögert den gegner nur dann wenn er nicht weiß dass sie kommen die anlage ist mit lokalen sicherheitsprotokollen abgeriegelt um die türen zu deaktivieren muss ich ihren transponder in der nähe eines netzwerkknoten benutzen hingehen dann legst du los verstanden sie müssen in der nähe des knotens bleiben und die aimtruppen vertreiben sonst unterbrechen sie mich ja ich geh ja schon hin so wie der spaß hier da kommt doch alle her ja wir wollen erstmal hier bis zur ebne ich darf wechseln hier ich muss sagen wenn die starb mega cool es macht so viel spaß ja wohl level up Rude Sekundow erstmal schnell hier was aber nicht schönes heute mag ich sie die feuerber ich habe ja und schlecht gebt euch mehr mühe ich weiß nie ob sie leise oder laut vorgehen ich manchmal auch nicht das heißt vielleicht eine verschwendung aber da wird er bekommen wenn man noch mal benutzen das macht spaß Kopf hoch, Leute. Noch können wir es schaffen. Ich hab auch nicht vor, sie versagen. Die Türen der Anlage sind fast entriegelt. Bleiben Sie bitte in der Nähe des Knotens. Kein Problem. Elite Peacekeeper. Aua. Ich fühle mich nicht sehr gut, Leute. Ja, ich will mal kurz... Au. Danke. Ja, das ist jetzt schon viel besser. Ach, komm. Ich glaube, es ist ein bisschen angenehmer. Jawohl. Geh kaputt. Vollidiot. Oh, ist das Iron Man? Oh, ein Exo. Wir verlieren hier gar nichts. Oh, blablabla. Oh, blablabla. Oh, ich... Ich... Ich diese Exos hasse. Hier ist es nicht der Zeitpunkt, uns auszuholen, Leute. Hals am Boden. Ach, geschafft. Jawohl. Wollen wir hier noch die letzten kaputt machen, hier? Jawohl. Das kommt davon, wenn man sich mit Black Widow anlegt. Geschafft. Die Türen sind entriegelt. Gut. Ich gehe rein und zerstöre den Energieknotenpunkt. Aber erst mal wäre das nächste Level. Die Dönsie, was haben wir jetzt hier? Die Größe für vollautomatische Kugeln. Ja, das ist eigentlich auch ganz geil. Ich komme hier ein bisschen mehr fürs Widow-Style. Das ist auch ganz geil. So. Aufzug benutzen. Wo? Unter uns. Hä? Wo ist das, der Aufzug? Nee. Hä? Wie ist das doof? Ach. Hier. Ja, gut. So. Alle mal einsteigen. Alle da? Ja. Ja, wir haben Cap ausgesperrt. Jawohl. Daneben ohne Cap. Dr. Forsen, hören Sie mich? Ich starte gleich das Ablenkungsmanöver. Wir hören Sie, Widow. Wie ist Ihr Status? Nervös. Aber wir brechen auf, sobald Sie Ames Aufmerksamkeit haben. Machen Sie sich startbereit. Die Zerstörung aller vier Turbinen schaltet den Knotenpunkt ab und weckt Ames Aufmerksamkeit. Und schicken Sie bitte die Avenger-Verstärkung. Okay. Hill, sobald ich loslege, wird die ganze Basis auf mich losgehen. Mein Job ist der Jet. Sie bleiben einfach am Leben. Diese Scheiß-Drohnen, ey. Ich sehe HZ. Oh Gott, im Himmel. Das ist wieder viel hier auf einmal. Okay. Geht mir nicht auf die Nerven. So. Der ist tot. Der Enten steht immer noch was. Oh fuck, war die Schüsse. Ja. Da sind sie! Ja, hier sind wir. Ja, ich hab's noch drauf. Ich kann sagen, mit den verautomalten Pistolen geht das saugeschön kaputtes Zeug. So. Okay, Dr. Fausel. Bereit? Wir sollten jetzt wirklich gehen. Hier sind überall Aim-Truppen. Oh, das ist ein doofes Geschütz. Ernsthaft? Ich muss eins sagen, diese vollautomatischen Pistolen sind verflugt und präzise. Achtet auf eure Augen! Jawohl. Jetzt ist mein Geschütz erledigt. So. Näh. Achtung! Ist da noch irgendwas hier? Okay. 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 Dann Aufholsomatisch und Diese Scheiß sind toll, die gehen mir so auf die Nerven. Jawohl. Was, noch mehr? Oh. Na gut. Geh kaputt, die Scheiß-Turbine. Jetzt, geh kaputt. Danke. Wir wärmen nur die Triebwerke vor. Oh. 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 Oh, ich hab noch. Na, was er hier? Da, ist noch einer. Ja. Jetzt hat er den. Gut gemacht. So. Ich denke, das waren erst mal alle. Moment ja. Alter. Wo kommst du denn näher? Oh Gott. Wir haben zwei. Okay. Dann, Party-Time. Ja, Mann. Ja, Mann. Das tut weh, was? Warten Sie auf mein Signal, Doctor. Beheilen Sie sich! Die finden uns jede Sekunde, ich weiß es! Hier wird niemand irgendwie entfinden. Aber werde ich sorgen Oh Okay, ne, waren doch erstmal alle Okay Dann geben wir die Lesturbine und machen die Gabel Ja Es geht auch kaputt Jawohl Ja, ja, ihr verschwindet gleich Also man kriegt noch einen Level ab Was dabei muss zu holen werden Gegen eine Hochwege 1 Oh Oh, hier Auch hier, probieren wir es doch mal Alles in Ordnung Yo Okay, da komme ich da nicht hoch Gut, dann muss ich den langen Weg nehmen So, jetzt die Frage Was ist mit den Wissenschaften los Oh, juckt Ist gerade auch uncool Sie haben uns erfasst Na, toll Sie werden gleich abgeschossen Verdammt Ich brauche Ihre letzten Koordinaten, Hill Ich arbeite daran Moment Oh, die Tür auf Wir wurden getroffen Wir stürzen ab Festhalten für Notlandung Jo Hilf Zwei Klicks Aim-Einheiten unterwegs zur berechneten Absturzstelle In ihrer Nähe befindet sich eine Aim-Elite-Einheit Wenn sie sie besiegen, erhalten sie vielleicht etwas Nützliches Aim-Elite-Einheit gekümpelt Das ist ein Prime-Synthoid Weißt du, warum man hier dieses Geschiss kaputt Das ist er auch Oha Er hat mir da jetzt in den Rücken geschossen Ich weiß, das ist eine Elite-Einheit Okay, nein, das ist kein Prime zum Teut Wir haben es geschafft Wir leben Gehen Sie in Deckung Ich bin unterwegs Nicht hersehen Okay, man hat das Gold kombiniert Das gefällt mir schon mal Auszeit Boah, wie viel hält dieses Scheiß-Fiech aus? Und jetzt mit dem Frustton der Überzeugung Oh Gott, hier bin ich mir Oh Gott, hier bin ich mir Oh Gott, hier bin ich mir Ich bin hier Ah, okay Ich bin cool Jo, wo, wo, wo Okay Wir haben hier einfach mal einen Ruff, würde ich sagen Gut gemacht Cap, komm Jawohl Sehr schön War zwar nicht das was ich wollte Aber nein Wo? Ah, hier nicht, okay Oh, okay Die ist hochkaliber geschützt Das macht scheiße viel Schaden Geht gehabt Voll die dreigste Viecher Na, muss ich sagen Feindeinheiten an Absturzstelle eingetroffen Verstanden Äh, AIM-Truppen sind hier Ich bin gleich da Das Landungschef hat einen Waffenschrank Nutzen Sie ihn Gut, wenigstens haben Sie Waffen So Gott, viele Geschütze sind hier überall Ja, ich bin kaputt Das war offensichtlich der letzte von Ihnen Für den Moment AIM macht keine Gefangenen AIM hat sie umzingelt Nicht mehr Lachen Retten Sie uns Bitte Entschuldigung, keine Sorge Boah Alter, Böller, das Das Böller ist richtig rein Boah Aber schießt verflugt langsam Weil wenn man daneben zählt Ich kann euch auch alle auf einmal bekämpfen Was ist das mit den Fliegern? Ne Achtung Okay, ne, die nehmen mir zu viel Schaden Ich gehe da lieber rein Das war offensichtlich der letzte von Ihnen Das war offensichtlich der letzte von Ihnen Er ist ein Energieschuh Das ist neu Jetzt geht er kaputt Oh Jawohl Yeah Ja 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 Verhasen Aufstandspot Was sind denn das für Viecher? Ja Ja Wow Oh nein, 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 nein Nein Natürlich tun sie das Der Strom ist wieder an Kev wurde ausgeschaltet Oh scheiße, der Depthold Der Depthold macht hier Okay Dann können wir nicht machen Die beiden hier Boah Jawohl, Level up Okay Äh, was machen wir diesmal? Irgendwas für einen schweren Angriff würde ich sagen, oder? Kombo Auszeichnen Angriff Der Luft Sprint Machen wir Kombo Das lief nicht ganz wie geplant Ja, leider eins verloren Und Jarvis, ist meine Bezahlung da? Soeben, eine größere Überweisung Sehr schön Und wieder kein Prime mit Äh, Synthoid Wie immer Na, was erwarte ich auch Ob hier jemals einer über den Weg laufen wird Ich glaube, dass jetzt Pay wird sich nur um 10 Folgen verlängern Nur weil wir keinen scheiß Prime Synthoid finden Sie haben das für Geld gemacht? Tief durchatmen, Commander Ich erkläre es Ihnen, sobald ich kann Sie werden es erklären, sobald Sie hier sind Dann nehme ich vielleicht einen Umweg Ja Okay, jetzt gehen wir erstmal hier wieder Gucken Sehr schöne neue Ausrüstung Ja, gefällt mir Ja Nur ein einziges Ausfüß bisher bei Black Widow Hm, schade Okay So Ah, hier sind meine Mission aufgeploppt Dann nehmen wir dieses Hochland Und schneiden drunter Hm In der Ostküste ist auch noch meine Mission jetzt aufgeploppt Oh, für Zukunftsmaterialien Komm, machen wir das mal noch schneller nebenbei Was, Kraftstoffe zu niedrig? Kochkraft 25 und zwar nicht Oder nicht doof Kraft 25 oder nicht? Hm Blöd Immer mal, falsch CONNOR Hier, die Taste 12 18 ön Öh Gezt mir Tor? doof immer einfach mal hier in die verschneide tundra machen da war noch die eine sollte sich zeitlich noch hinkriegen ich hätte noch auswählen jawohl ja lass mal so so jetzt lassen wir haben die position einer hochsicherheit serveranlage von entdeckt wenn sie die anmeldestation sichern könnte ich ihre systeme hacken und wertvolle informationen für die resistance stehlen bleiben sie wachsam die anlage wird wahrscheinlich von elite syntholz verteidigt ja das hat man schon mal und da waren keine dabei kontrollieren sie ihr netzwerk lange genug damit ich das sicherheitssystem von infiltrieren kann begeben sie sich zum terminal damit ich sie in das labor bringen kann ich habe in asgard viel schwerere schlachten geschlagen das hier war der ist muss Da holt er mal eben das Tor auf. Kontrollieren Sie alle Terminals, sonst kann AIM mich aus seinen Systemen werfen. Ach, das schon wieder. AIM hat Truppen geschickt, um sie aufzuhalten. Fliegen ist immer noch nicht meins. Oh Gott, nein, überhaupt nicht. AIM versucht mich aus seinen Systemen zu entfernen. Ich bin nach wie vor eine Waffe. AIM hat die Kontrolle über ein Terminal zurückerlangt. Ja, jetzt beruhig dich mal, Jarvis. Ich habe gerade ein paar Drohnen am Arsch stehen, wenn ich hier nicht wegfliegen kann. Jetzt klatsch dir! So. Ey, was soll denn das? Das hilft. Danke. Scheiß. Wohnen. Wo ist dieses letzte Termin? Ich bin fast enttäuscht, dass es vorbei ist. Oh. Ich habe die Kontrolle. Dann mach was. Das ist vielleicht ein bisschen bötsig. Mann. Das nervt so, dass wir nirgendjemand von diesen scheiß Primes sind, soll zu finden. Nichts. Und du fällst mit den Sohn uns. AIM versucht mich aus seinen Systemen zu entfernen. Asgard, röpst mich in den Wissen. So, jetzt hier. Mal weggelasert. Bringen Sie das Terminal wieder unter Kontrolle, falls möglich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Beginne jetzt mit dem Hack. Das hilft. Danke. Ja, oh Gott. C. Gäben das schon wieder an. Wo ist C zum Teufel? Ich habe die Kontrolle. Beginne jetzt mit dem Hack. Ich habe die Kontrolle. Ich bin in AIMs Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Sehr schön. Habe ich ja nichts bekommen. Okay, ich google jetzt nochmal, wo ich irgendwas finde für die nächste Folge. Alter, das kann doch nicht sein, dass das nirgends zu finden ist. Übel jetzt hier seit vier Folgen durch die Gegend, um so einen scheiß Primes sind, soll zu finden. Das kann es doch nicht sein. Ich konnte mehrere Terabytes mit wichtigen AIM-Infos beschaffen. Die Analyse wird etwas dauern, dürfte die Resistance aber spürbar weiterbringen. Okay, dann machen wir mal noch einmal schnell hier ein Level ab. Oh Mann, leichten Angriff würde ich verstärken, oder? Und ein Angriff. Okay, da brauchen wir das 10 hier. Oh ja. Wöbel Angriff ging doch gut. Es hat aus irgendeinem Grund alle USB-Geräte kurz ausgeschmissen und wieder eingeschmissen. Also falls ihr gerade nichts gehört habt, lag das daran. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich google jetzt nochmal nach den Synthoys, vielleicht finde ich was. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo für mich da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit hoffentlich ein paar neuen Primes und Synthoys. Bis dann. Bye.